Willkommen zu einer Runde Master Builders. Die letzten paar Male zocken waren ja nicht ganz so erfolgreich. Und tatsächlich bin ich jetzt so verzweifelt, dass ich Master Builders spiele. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich die Bauzeit einmal kurz in einem Zeitraffer machen, dann können wir ja ein bisschen bewerten. Gut, ist alles aber fertig. Aber hey, er hat genauso. Also, sorry, aber das ist ja noch schlechter als meins. Das kriegt ein schlecht von mir. Also, jetzt mal real, was ist denn das? Ich verstehe nicht, wie Leute sowas in so einer kurzen Zeit bekommen das Programm super von mir. Also, wie kann man so schnell bauen? Ich bin jetzt kein Experte, aber das ist a, schlechter als meins. Zweitens, ähm, habe ich an Bierfässern selten bisher Stein gesehen, offen gestanden. Nur meine Meinung. Natürlich, das finde ich super. Legendär, das kriegt ein legendär. Ja, alles so mit dem roten Ding sind dann... Ich werde jetzt so safe letzter, oder? Das finde ich sogar ganz gut. Das bekommt ein okay von mir. Es ist halt wahrscheinlich schwer, hier irgendwie was Biermäßiges reinzubekommen, aber... Gut. Das ist Next Level. Okay, ne, es bekommt ein schlecht. Aber ich glaube, wenn man meins gesehen hat, dann... Also, ganz kurz, das ist eine minder... Das ist eine missgebildigte Ziege. Hier ist der Kopf, hier ist dieses komische Horn. Haben Ziegenhörner? Ich habe nicht mal gevotet. Pew, pew, alles klar. Tschüss. Also, normalerweise sind die Dinger zu, aber dafür hatte ich irgendwie auch keine Zeit. Herr, krieg... Wieso krieg ich es nie hinzubekommen? Dafür bin ich einfach zu gut. Ein Bier ist selten irgendwie... Ich krieg's nicht hinzubekommen. Ich muss es mir jetzt mal eingerüben. Sofort. Wir machen Vorträglich immer ab sofort ein Grauen Vorträglich. Ey, wir sind nicht viel... Sorry, aber das ist noch schlimmer als meins. Er hat hier ein Glas und ein Enkel. Super, das wäre schon ganz okay. Aber hier aus fucking Lux, oder wie? Nein, es ist ein okay. Ich wollte es noch ändern. Ich bin letzt... Also, sorry, dass ich letzter bin. Es ist so unvernehmt.